herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge nearwood the collector's edition und ich bin wieder zurück im garten ich habe in der letzten folge das geweih für den käfer bekommen und das bringen wir jetzt mal direkt an damit der gute haken kann wir haben den zweiten schmetterlingsflügel gefunden den wir oben anbringen müssen so jetzt müssen wir hier die bohne einsetzen und dann war das ja füge korallenpulver hinzu das brauchen wir noch das haben wir noch nicht genau füge korallenpulver hinzu das heißt wir gehen jetzt mal über die karte gehen wir hierhin zurück und gehen hier oben hin ha ich benutze jetzt mal die karte wenn die schon da ist dann machen wir das auch so und jetzt kann ich rein glaube ich jawohl und hier haben wir auch wieder snoopsie sitzen da versteckt sich einer und da versteckt sich einer und da versteckt sich einer sie bauten die saftigsten und leckersten früchte an die sehen aber auch gut aus da ist einer am pennen und er schon ganz wütend hier so was haben wir denn hier alles was für ein kurioses kleines ding keine sorge kleines kerlchen ich sehe mich nur um hier haben wir was da fehlt noch ein griff ich brauche einen zweiten griff ich brauche einen hahn um etwas benzin herauszubekommen ja das ist der stein was haben wir hier ohne früchte ist der entsafter nutzlos ok gut wer bist du ok das ist der entsafter ja das ist der entsafter dann habe ich hier glaube ich nichts mehr ich brauche einen griff ich brauche dazu was gut dann werden wir hier mal wieder rausgehen und gucken mal ob wir hier hinten weiterkommen oh oh hier auf dem fischernetz war ein snoopsy ist denn hier noch ein snoopsy ups da dreht aber einer seine runden sonst sehe ich erstmal auf den ersten blick hier kein snoopsy dann gucken wir uns das doch hier unten mal an aha eine blume und eine schnecke mit pilzen drauf wie geil ich könnte ein stück dieser koralle abschneiden ja ich habe ja die sichel ne so genau ich habe ja die sichel kann ich da denn schon hin alter bleib mal locker hallo jo also an der muss ich vorbei wa ich gehe nochmal eben zurück zum garten dann kann ich nämlich hier in die koralle zerstampfen genau und das pulver brauche ich nämlich jetzt so dann gebe noch wasser hinzu ne und warte bis ein baum wächst früchte jay zauberfrucht die kann ich nämlich dann jetzt kann ich die in den entsafter geben genau und das ist hier ach so ich kann noch nicht reisen gut dann gehen wir zu fuß gehen wir nämlich hier hoch und in den entsafter rein so zack jetzt müssen wir natürlich gucken von rot eine ah ok eine rote jetzt zwei blaue ach so ich muss erst entsaften zwei dann gelb jetzt orange da muss ich ja rot und gelb machen ne und jetzt grün blau und gelb und jetzt lila das ist rot und blau perfekt zaubertrank jetzt brauche ich aber noch ich muss noch mal eben zurückgehen kann ich die karte wieder nutzen ähm hier hinten muss ich hin da muss ich ja das sind die vögel ne hier habe ich noch nichts dazu kriegt er denn den zaubertrank kriegt er nicht ne der kriegt den zaubertrank nicht ich muss dann noch mal zurück ähm und zwar muss ich wo war das noch mal mit der kiste wo die drei blumen dran sind ach ja ne das war ja auch im garten halt mal das war ja auch im garten und dann war das hier oben jo hier muss ja eine blume ran so die nelke haben wir schon mal der zaubertrank ähm der zaubertrank der zaubertrank wo muss ich den dann anwenden hier unten kann ich nichts mehr machen kann das sein dass ich das hier hinten machen muss bei ihr tatsache was ist was ist passiert zu mir ich bin so confused dank du human child für freien meine jen von das evil Okay, jetzt müssen wir die Tiara suchen, also das Diadem von ihr. Und hier haben wir auch noch ein paar. Ach, da ist der Griff. Sehr schön. Jo, ich weiß, ich komme gleich wieder. Hier ist nicht irgendwo mehr ein Snoopsy, ne? Ich sehe immer noch keins. Da war ja nur eins in der Szene. Ähm, dann gehen wir mal zurück. Gehe ich nochmal hier oben ins Haus, denn dann haben wir jetzt hier den Griff. Und da liegt eine Pferdefigur. Ähm. Und eine Metallkamillenblüte haben wir. Jetzt brauchen wir aber immer noch den, äh, Dings hierfür. Diese Blüte kommt da hinten und der Griff kommt der eventuell hier hinten an. Genau. Ah, okay. Er sucht ein Fruchtbarkeits-Elixier. Mhm. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal hier rein. Und müssen jetzt natürlich auch wieder einige Sachen finden. Wer bist du denn, kleines Kerlchen? Ähm. Genau, hier müssen wir wieder einige Sachen finden. Gucken. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Dann haben wir... Hier etwas. Da hinten hängt auch noch eins. Da hängt eins. Hier hängt eins. Und zwei von diesen dickeren Dingern brauche ich. Hier oben ist eins. Wo ist da das andere? Nein, das ist es nicht. Da ist noch eins versteckt. Und ein, ein langes brauchen wir noch. Ähm. Wo hat sich das gute Stück versteckt? Hier hinten ist es nicht. Da ist es. Und wir bekommen einen Seilbahngriff. Ach, den Seilbahngriff. Ja, super. Alles klar. Gut. Dann lass uns mal gucken. Auf der Karte gerade. Ich bin jetzt hier. Und ich bräuchte noch hinten am Garten, brauche ich noch die Blume. Kann ich schon mal einsetzen. Und dann habe ich hier noch eine Pferdefigur. Wo kommt die denn hin? Das muss ich, glaube ich, einzeln zurück. Und da oben haben wir alles gehabt, ne? Ja. Wir brauchen jetzt den Pferdegriff. Und der kommt hier ran. Genau. Und dann können wir das nämlich auch öffnen. Und da ist die dritte Blume. Metallkornblume. Genau. Dann können wir wieder hoch in den Garten gehen. Oh oh. Was ist los? Alter Schwede. Bist du des Wahnsinns? Zapfhahngriff. Ah, für im Haus da. Sehr gut. Dann haben wir die nämlich auch. Aber ich mache jetzt erst mal nochmal die Blume dran. Und dann können wir die öffnen. Messgerät haben wir. Für die Seilbahn. Perfekt. Sonst war hier nichts mehr. Das heißt, Zapfhahngriff, den finden wir hier. Zack. Und dann haben wir das Benzin für die Seilbahn. Super. Dann können wir mit der Seilbahn fahren. Und da fahren wir jetzt auch mal direkt hin. Wenn der gleich oben ist, können wir nämlich dann hier zur Seilbahn gehen. Hier habe ich jetzt alles geschafft. Hier hinten muss ich dann überall noch hin, glaube ich. Ja. Gehen wir mal hier zur Seilbahn. Kann ich reisen? Kann ich. Jawohl. Oh, halt mal gerade. Die Lampe. Ach nee, mit der Lampe kann ich nichts machen. Wir brauchen den Griff. Wir brauchen das Messgerät. Und wir brauchen Benzin. Super. Yay. Dann los geht's. Los geht's zum... zu der Stadt auf dem Gipfel da. Ah. To our village. And who might you be? Hello. My name is Jane Lockwood. This is Faye, the advisor. Hmm. Lockwood. Could it be? Are you related to the Lockwood who gave us electricity? The power plant here is the greatest in all of Nearwood. We used to supply power to the Timekeeper's palace itself. Except the place is deserted now. I'm told I can fix that. But I need help. I can't get into the palace because of the energy shield. Now, now. It's going to be alright. Look, I have something to cheer you up. A beautiful tiara. You can have it. Oh, and the energy shield. It's not hard to take it down. All you need is a blast from the anti-energy gun. Ich hab das Diadem gefunden. Beziehungsweise er hat's mir geschenkt. Super. Eben Snoopsies sammeln. Und da ist noch einer. Dann haben wir hier ein Tuch. Wollschei. Und wir haben noch ein Buch. Buch der Elektrizität. Mein Gott. Kann ich nicht mehr sprechen, oder was? Er sagt, ich könne den Schild mithilfe der Anti-Energie-Waffe zerstören. Genau. Was haben wir hier? 357. Hier fehlt was. Hier fehlen auch wieder einige Batterien. Ich brauche eine Quelle für Anti-Materie. Eine Energiekugel wäre hier perfekt. Gut. Müssen wir uns noch besorgen. Aus jedem Licht im Palast der Hüter der Zeit leuchtet die Weisheit zahlloser vergangener Generationen. Hier kann ich aber noch nicht weiter, ne? Da komme ich nicht rüber. Heißt, wir gehen jetzt erst nochmal zur... zur Lady hier. Und geben ihr ihr Diadem. Ah, die Energiekugel. Dankeschön. Viel Glück, Jane. Ich hoffe, du weißt, wonach du suchen musst. Ja, das hoffe ich auch. Aber erstmal danke dafür. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wie... wieder. ...borrow some of their things. Hallo. Nun, da der Fluch aufgehoben ist, können die Gnome wieder fischen. Jo, mal gucken, kann ich dem eine Angel klauen? Kann ich. Und ein paar Würmer. Ah, ich glaube... Ne, ich weiß nicht so recht. Aber ich kann jetzt schon mal das... den... 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 Energieschild. Ja, der ist noch nicht ganz aufgeladen. Könnte ich jetzt wieder... verwenden. Die nochmal eben hier oben rein. Ah, okay. Müssen wir jetzt noch so ein Objekte-Ding machen. Bevor wir das Objekte-Ding machen, mache ich hier allerdings ne kurze Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge direkt wieder hier. Wieder, um die Objekte hier zu sammeln und einzusetzen. Also, bis dahin. Alles Gute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020